Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, da backt bestimmt weiter was rum. Ich habe die KI mir ein bisschen anders da aufgepasst. Ja. Handelslehranstalt. Lasst euch mal diesen Namen auf der Zunge zerstellen. Handelslehranstalt. HLL. Ich weiß nicht, ob das doch ein guter Tag sein wird. Ich habe Angst. Wir brauchen eh nur andere Anste... Ach, weißt du, das erinnert mich an die Serie, die Anstalt. Was, die Serie, die Anstalt? Boah. Ah, dann... Gebt mal auf Google ein, die Anstalt. Also dann wirst du da was hören, dass... Die... Das ist schon lustig. Achso. Nein, hier war ich noch nicht. Oh, verdammt. Ich komme jetzt jetzt hier durch, oder? Das ist voll nett so aus, ne? Na gut. Ich fahre hier an der Scheiße zusammen, ey. Alter, Falter, ey. Himmel, Herrgott, ey. Himmel, Herrgott. Nee, ich habe gedacht. Ja, du hast gedacht, Bart, ne? Du hast gedacht. Ich halte am besten meine Klappe. Hallo. Also. Das hätte ich jetzt nicht wirklich... Schönes Zeichen. Schönes, rundes, grünes Zeichen. Das wollen wir immer haben. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich habe gedacht, die Busführung, ja, die geht da um die Kurve. Stattst du dich dann da... Doch, ich fahre zum ersten Mal. Also da fahre ich... Nee, das nicht. Aber von da unten gekommen. So wie ich da hochgefahren bin. Nein. Das war mein erstes Mal. Ich bin immer von da gekommen und dann rechts abgebogen. Aber so bin ich noch nicht gefahren. Nein. Gott, das ist so peinlich. Moin, Fanta, mein Lieber. Wie geht's dir denn? Auch dir erstmal einen schönen Montag? Wie läuft's denn bei deinem GTA? Äh, GTA, Digger. Ja, ich bin ein bisschen müde, aber alles soweit gut. Ja, also 25 rückwärts bin ich noch nicht gefahren. Also, ich weiß gar nicht, ob's... Nein, das ist die Route 1. Doch, das ist Route 1. Oh, schön. Das höre ich gerne. Klappt, dann nehme ich's auch nochmal. Ja... Ha, 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 ha. Das stimmt. Ja, also... Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Gut, ja. Außerhalb müde, weil ich mir die Nacht nicht so gut gestorben hab, aber... Das wird schon... Na, komm, jetzt aber zackig hier rein. Junge, 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 Junge. Dass die immer sich so Zeit lassen. Oh Gott. Nope. Nein, fahre ich bestimmt nicht im Rückwärtsgang. Hauptbahnhof, Umstieg zu weiteren Buslinien der OGs, zur S-Bahn, sowie zum Regional- und Fernverkehr. Und dann komme ich auch noch mit Lenkrad und sitze an der Endhaltestelle ab. Es wurde sich gewünscht. Ach ja. Ist doch immer wieder was Schönes. Wie lange brauchst du oder wie viele Tage? Oh, ich denke mal ein Jahrhundert. Weißt du, ich will explizit immer 100%, ne? Schön um die Kurve, nirgends wo anecken. Ach ja, was den Treibstoff betrifft, naja. Ist nur eine gute Frage. Ich glaube, bis ich dann das alles gut gefahren bin, bin ich alt und runzlig, ey. Naja. Gut, dass ich mal Pause habe. Kann man auch mal ein kleines Screenshot machen, oder? Also ich will zwar nix sagen, ne? Ich will zwar nix sagen, aber... So schön, wie dies da ist. Na jetzt, vielleicht noch einen anderen Bus, ja. Ich könnte mich auch da... Wie nennt man das? Ich könnte mich an Städte Dreieck totfahren, ey. So toll gefällt mir die Karte da. Aber ich... Wie gesagt... Von der Linienübersicht... Was ich noch nicht gefahren bin... Das ist so mein Problem. Da kenne ich mich noch nicht so aus. Da bin ich wirklich noch so alte Schule. Ich finde ja die Erklärung auch in der PDF-Datei richtig gut. Na, äh... Naja. Hallo, ich bin Bartalo. Ich noch nix so gut verstehe. Linie. Ah, leck mich ne Däch, ey. Am Hang. Betriebshof, Stadtmitte. Am Hang, ja. Ich spreng da mal. Oh, Leute. Oh, Staphane Grün. Jawohl. Da machen wir doch direkt mit. Oh, Gott. Ah, ja. Ist da meine Freundin und ich, wir haben gestern noch Mission Impossible geguckt. Ich glaube, das ist der dritte und der vierte Teil. Der dritte dürfte ja dann noch in der Sahara da gewesen sein mit der Mission. Ich hab wegen einer Szene, wirklich, wegen einer Szene, hab ich so ein dummen Lachflash bekommen. Äh, also ich hab wirklich den... Halt, da haben wir's doch so. Da ist der Mond doch doch da. Ich danke Ihnen für die Mitfahrt. Es tut mir ja so leid. Ach, Gott, ihr Megaköpfe da. Habt ihr mir die ganze Poerne versaut, ey. Und das noch im Solo-Bus. Musst du auch erstmal schaffen, dass die ganze Fakke seht ihr da hier, äh... Das denn meckern? Geil. Naja, auf jeden Fall, ähm... Wegen der einen Szene, wo ich da so ein Lachflash bekommen hab, der war richtig gut. Also... Iven Hunt hat der irgendwie so, muss dann so ein Tresor gehen, ne? Und, äh... Und muss halt von der Außenfassade da, äh... hin und her klettern. So, und das Tolle war, der hat so Handschuhe, Magnethandschuhe bekommen, ne? Wo du so abrollst, dann bist du fest. Also... Rot, fest... Ne, blau... Wenn du da mal knetig... dran bist... Und rot... Naja... Rot ist tot. So hat's halt der Banshee erklärt, ne? Und dann hat der Rechte auf einmal angefangen zu spinnen. Ausgezogen, hat fortgeschmissen. Und dann dieser Blick... Da hängt doch dieser verkackte, rote Handschuh an der Scheibe. Ja? Äh... Und Hand guckt so. Und dann siehst du nur noch so. Äh... Weil hinter ihm kam ja immer ein Sandsturm. Wie der Handschuh dann wegfliegt. Und dann mit der... Den Geräusch, wie er wegfliegt. Also... Naja. Deswegen hab ich so ein Lachflicht bekommen. Ich versuche mich grad echt zusammen zu reißen. Mal freuen... Also wirklich... Also so herzhaft haben wir mal echt nie wie gelacht. Das Ger... Der Geräusch, wo er weggeflogen ist. Äh... Ui... Wegen so einer... Wegen so einer kleinen Bescheuer. Ja, ja. Also... Wegen so einer Szene fang ich schon an. Also, ja. Dann seht ihr mal, was mich so leicht zum Lachen bringt. Alles klar. WP. Ja, also ich hab halt so ein Lachflicht dadurch bekommen. Also... Das müsst ihr euch mal wirklich bildlich vorstellen. Ach. Wir haben noch von einem Film gestern geredet. Ähm. Weil meine Freunde nicht mehr haben gestern Mission Impossible geguckt. Und ich glaub der dritte Teil, wo... Wo der in der Szene war. Wo er in der Sahara war. Ja, die haben ja... Die haben sich da irgendwas an Informationen gesucht. Und... Da war er mit so Handschuhen unterwegs gewesen. Und da waren halt so ein paar Szene gewesen, wo ich halt ein Lachfläsch gestern bekommen hab. Ja, sowas ganz Einfaches. Und ich lach mich tot. Es ist wirklich so. Es ist... Oh. Ach du liebe Güte. Naja. Ja, und was du halt verpasst hast... Äh... Ich hätte fast wieder ein Lachfläsch gehabt, ey. Also... Da musste ich mir leider jetzt gerade unterdrücken, ey. Als könnte ich kein Bus mehr fahren. Es bringt mir... Es bringt mir bitte keine komischen Gedanken mit dem Lachfläsch. Und sonst... Sonst... Ach du willst... Ach. Helfer. Helfer helfer helfer. Wenn, wenn, dann nicht. Hakelenberger Hof, Seelobe, Zentrum, Oststadt, S-Bahn, Umstieg zur S-Bahn. Was, wir sind schon da, das kann doch nicht sein, wie schnell geht das denn, ey. Oh Mann. Mist hält sich. Ich hätte es eher gedacht, da kommt noch was, aber okay. Auch wieder was Schönes. Genau, bitte versorgt den Busfahrer nicht mit Lachflash. Lachflash. Kickflash. Lachflash. Hauflash. Nachschlagflash. Aufschlagflash. Da 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 da. Mein Gott. Okay. Habe ich so auch noch nicht miterlebt. Aber ja, Freunde, für die Folge soll es gewesen sein. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ah, man, immer diese Analysen da. Warte, ich gehe mal auf den Nerv. Komm, ist doch ein schönes Bild. Kriegen wir das noch? Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal.